So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eben noch gestreamt, danach noch Premiere gehabt. Jetzt wollte ich gerade mein Schnitzel Fritz Brötchen essen. Das sehe ich im Fan-Chat. Danke an Miku. Es ist doch schon wieder ein neues Event angekündigt. Oh mein Gott, und weil ich morgen ja schon wieder was ganz anderes habe für 15 Uhr zum Hochladen, muss ich natürlich das jetzt abends noch machen. Also setzen wir uns kurz hin. Haben passend grünes Licht auf den Ramses gepackt, denn es ist ein sehr sommerliches grünes Pflanzen-Event irgendwas angekündigt worden. Lasst euch beim Event Glitzernder Garten von Pokémon das Go-Fest 23 verzaubern. Hier sehen wir Lil Minip und Drezella oder was weiß ich. Hier steht auf jeden Fall eine magische Zeit erwartet euch in Pokémon Go. Beim Event Glitzernder Garten erscheinen auf der ganzen Welt Pflanzen und Fee-Pokémon, die auch beim Pokémon Go-Fest Osaka und beim Go-Fest London auftauchen. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Lil Minip begegnen. Glitzernder Garten von Samstag, den 5. August 10 Uhr bis Dienstag, den 8. August 20 Uhr. Das ist der Event-Zeitraum. Also solange wie London Osaka läuft, das heißt es wird sicherlich dann zu dem Chicago-Go-Fest, wenn das in Chicago ist, auch wieder nochmal ein extra Event geben, wo besondere Pokémon dann auch spawnen und das dann alles so zu zelebrieren. Wilde Pokémon, die jetzt auftauchen in diesem Event vom Samstag bis Dienstag, vom 5. August bis zum 8. August. Bisasam, Pummeluf, Mirapla, Hopspross, Samurzel, Tuska, Lil Minip, Kastatur, Parfi, Flauschling, Dedenne. Alle diese Pokémon können Shiny sein, in ihren Shiny-Varianten angetroffen werden und Lil Minip eben zum ersten Mal als Shiny. Bisasam, sehr cool, wer da noch ein gutes Mega-Bisa-Flor braucht. Samurzel, Tuska, ja ansonsten sehe ich da nichts. Ich bin ja eh nicht so der GBL-Typ, deswegen keine Ahnung. Ich finde Bisasam cool, mit dem Rest, ja, als cooles Pokémon. Tuska finde ich als cooles Pokémon, das ist auch noch relativ frisch als Shiny auch drin, also wer das noch nicht hat, kann da noch zuschlagen. Ansonsten sind ja auch ein paar Seeday-Pokémon drin, die wir nicht unbedingt brauchen. Ein paar Feen mit Parfi, Flauschling, da vielleicht zuschlagen. Kastatur, auch eher noch eins der selteneren. Die Dedenne gab es ja erst zu einem Event häufiger alles, aber Lil Minip, auf jeden Fall hier das neue Shiny. Für mich aber als Pokémon Bisasam, das Highlight. Was ist euer Highlight aus den wilden Pokémon, die hier stehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Es gibt natürlich auch Eier. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus zwei Kilometer-Eiern. Knospi, Kikugi, Stravigl, Lil Minip und Fruberl. Wer noch gar kein Fruberl hat, wer Stravigl braucht, die können nicht Shiny sein, aber Knospi, Kikugi, Lil Minip können Shiny sein, also Lil Minip, wild und eben auch aus Eiern. Kikugi dürfte auch eins der seltenen Shinies dann mit sein. Gibt es ja glaube ich auch noch so aus Eiern, großartig, obwohl in einem Moos-Modul ist das glaube ich auch mal aufgetreten. Knospi als Baby-Pokémon hier auch wichtig aus Eiern. Baby, wer das noch nicht hat und sammeln möchte. Mit etwas Glück könnt ihr sogar dem folgenden Pokémon begegnen, Ignivore. Verstehe ich nicht. Ich dachte, seitdem Ignivore eingeführt wurde, ist das trotzdem weiterhin im Spiel unerhältlich und kann weiterhin in Zweiern, Fünfern, Zehnern auftreten. Und jetzt wird es hier extra nochmal als Event-Pokémon im Zwei-Kilometer-Ei genannt. Wie ist euer Stand zu Ignivore? Schreibt mir das mal rein. Auf jeden Fall brütet halt ein paar Zwei-Kilometer-Eier. Vielleicht habt ihr da nochmal eine bessere Chance auf Ignivore. Vielleicht ist das dann trotzdem seltener als außerhalb des Events, wenn es hier genannt ist, trotzdem als Event-Spawn. Erkundet euren örtlichen Park. Ein bestimmtes Pokémon erscheint jeden Tag vermehrt in Parks. Am 5. August Lilminip. Am 6. August Tuska. Am 7. August Mirapla. Am 8. August Samurzel. Da ist leider gar kein Wieser Samen dabei, aber wird wohl am 5. August mit Lilminip dann der interessanteste Tag sein. Da das ja eben neu als Shiny verfügbar ist. Ansonsten Tuska ganz nett. Mirapla finde ich cool, weil Kandos am Mutzel finde ich am schlimmsten. Brauche ich eigentlich gar nicht. Boni, halbierte Distanz, um Herzen mit eurem Kumpel-Pokémon zu verdienen. 1,5-fache Schlüpf-Bonbons. Erhöhte Chance auf XL, wenn ihr mit eurem Kumpel unterwegs seid. 1,5-facher Schlüpf-Sternen-Staub. Sie wollen also, dass ihr viel brütet und viel unterwegs seid und euch bewegt und viele Brutmaschinen verbraucht. In 2 Kilometer Eiern, die ganz schnell weg sind und ihr ganz viele neue Brüder wieder kaufen müsst. Ich hoffe, es gibt da ein paar gute Boxen. Beim Riolo Schlüpftag kurz davor war ja eine super gute Box im Angebot. Die hat gepasst, die hat geschmeckt. Da habe ich auch mal wieder eine Box gekauft, was ich die ganze Zeit nicht getan habe. Aber ansonsten schleudert man das Geld wieder sinnlos raus. Pokémon bei Feldforschungen. Den folgenden Pokémon begegnet ihr als Belohnung für den Abschluss bestimmter Feldforschungsaufgaben. Tangela, Roselia, Lilminip und Tarnpignon. Können auch alle shiny sein. Roselia, habt ihr das Baby zwar dort, aber jetzt habt ihr es hier auch direkt. Wurde ja damals auch in Dortmund eingeführt zur Safari-Zone. Ist ein cooles Pokémon. Rosarade, guter Giftangreifer, guter Pflanzenangreifer immer noch. Lilminip auch in den Forschungen erhältlich, in den Eiern erhältlich. Wilderhältlich eben das neue shiny, worum sich gefühlt alles dreht. Tarnpignon, wer es braucht. Befristete Forschung. Eine kostenlose befristete Forschung wird verfügbar sein. Bei dieser befristeten Forschung warten Aufgaben rund um das Erkunden und das Ausbrüten von Eiern auf euch. Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst vor Dienstag, den 8. August um 20 Uhr die Aufgaben der Forschung abgeschlossen haben und alle Belohnungen abgeholt haben. Also, Raids steht da leider gar nichts dabei. Es gibt keine Event-Raids sozusagen. Fade-Forschungen interessieren mich auch nicht unbedingt. Der 5. August wird für mich der beste Tag sein. Wegen Lilminip neu als shiny. Da auch vermehrt. Ansonsten die wilden Spawns finde ich jetzt nicht so krass. Schön, dass man da viele Pflanzen-Pokémon hat und das so ein themenbasierendes Event ist. Aber für mich natürlich Lilminip dann ein Ziel, ein Highlight, was ich versuchen werde zu bekommen und was ich verfolge. Was ist euer Highlight? Wie findet ihr das Event? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und jetzt erstmal Schnitzelfrits. Bis zum nächsten Mal.